Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Metal Gear Solid Grounds 5, Grounds Heroes. Ähm, ja, wir sind ja jetzt noch nicht ganz fertig, wir haben ja noch die Mane-Emission, die wir machen müssen. Ähm, ich sag's eigentlich vor Ort, meine Let's Plays haben ein bisschen darunter gelitten, also unter zweitigen gelitten, und zwar hatte ich ein anderes Spiel, von dem ich, also das mich sehr begeistert und das ich jetzt kein, äh, wovon ich jetzt kein Let's Plays machen wollte, habe ich gespielt. Und zweitens, mein Krankheitszustand ist noch immer nicht ganz weg, aber es in einem anderen Zustand, also ich fühle mich in einem anderen Zustand aufzunehmen, ich habe auch Sniper Liter 3 aufgenommen, wie ich krank war, es ging alles so, ähm, aber natürlich kann das alles ein bisschen schleifen. Und jetzt gehen mir natürlich die Folgen aus, weil die Spiele auch ausgehen, also Sniper Liter 3 zum Beispiel geht ja auch dem Ende, äh, geht ja auch dem Ende dazu, oder ist das mal vielleicht schon beendet, und, ja, deshalb. Deswegen, ist das so. Okay, was ich vorhabe ist, wir packen jede Mission in, eine eigene Folge. Ja? Ähm, das werden dann circa drei Folgen werden, und ich habe das vorher auch schon gemacht, da waren eine Mission und zwei Folgen lang, das ist auch okay, aber ich möchte halt eine Folge, eine Mission machen, das passt bei den Mission ganz gut. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, bevor ich möchte, weiter langweilige, wir müssen ein paar Luftgeschütze zu stören. Ja, wird das nicht ganz lustig? Das läht und läht und läht, naja, auf jeden Fall, die Mission sieht das ja, und umweg, also abwechslungsreich, somit ist es ganz praktisch. Okay. Verstörung der Luftfahrtstellung. Boss, this mission comes from none other than the JCS. A MagTab will very shortly conduct a Helleborn assault on that base. Their objective is to seize control of it, and the one thing that could get in their way is the base's anti-air defenses. You need to take out the anti-air emplacements. Doesn't have to be all of them. Destroying three will allow the assault force to land. Once their destruction is confirmed, military choppers will descend on the base, and the Marines will begin their assault. They don't know you're there, so you need to exfiltrate before they arrive. Okay, das heißt, haben wir jetzt... Da ist noch einer gewesen. Die Frage ist, haben wir jetzt ein Z-Nemmer? Die Information, die wir vorhin getroffen haben, confirmt, dass die Base ist jetzt ein schwarzer Site. Präzter sind hier in der Hand, nur um Interrogation mit keinem Ende. Der Pentagon sendet mehrere Unterkörperagenten zur Base, aber sie haben Kontakt mit jedem einer von ihnen verloren. Okay, so, es ging. Genau, es war irgendwie möglich, die Lampe auszuschütten. Shit, wie wählt man eine Waffe aus? Iso, okay. Ich drück, ich hab jetzt nur noch mal die erste Masse, ich drück. So, da oben ist keiner. Boss, die Enemie hat das Amphibious Assault-Ship geführt, die Helleborn-Force. Das ist schneller, als erwartet. Schau dir selbst. Die Enemie wird auf vollem Alert, von jetzt auf. Okay. Ah, verflucht. So, was, hat kurz mein Telefon gebetet? Hier. Okay. Das fand ich jetzt grundsätzlich nicht so toll. Okay, ich schau mal, ob ich hier rein kann. Weil das ist ein Waffenlager. Die kann man sich... Ich... 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 C4-Wertablässer kann ich. SCP, das ist Luz 6. Hör die Musik gerade jetzt. Fortschreiche, jetzt zu investigieren. Over. Was? Oh! SCP, unterstunden. Nichts. Out. Biss dich. Kommt die jetzt jetzt rein? Dann hätten wir schon wieder das Problem. Also, ich dritte Steckantie kommt alle rein nach der Reihe. Ah, deswegen haben wir über Snipe-Elite. Was ist da? Ach du Scheiße, eine Panzerfaust! Okay. Oh, das war jetzt knapp. Wo ist er denn? Ich höre überall Gegner, aber... Ah, der war oben! Ah, der war schon oben! Okay, schlecht. Jetzt! Warum? Alter, was ist los mit dem? Okay. Das Game ist noch ein bisschen... Die Frage ist, wie wählt man... Oh, Scheiße. Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Wie will man C4? Was ist los mit dem? C4 ist ein Explosiv, das kann gesetzt werden und dann verabschiedet werden. Ah ja. Ich frage es. Was kommt da? Ja. Versteckung am Arsch, Scheiße. Was ist los mit dem? Was ist das andere, Boss? Es ist nicht nur die US-Agenten, die noch selbst verschwinden. Ich sende jemanden von der Intel-Team zur Basis, aber es gab keinen Kontakt von ihm. Entschuldigung, dass ich euch nicht erzähle, aber Cypher ist wahrscheinlich hinter dem Entwicklung dieser schwarzen Seite. Und ich habe gedacht, er könnte uns eine Lied an sie bekommen. Wenn unser Mann... Du placierst ihn C4. Geh zu einer selben Distanz, bevor es ihn detonieren. Mann, Scheiße. Nein, ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Vergesst das. So, wie kann man jetzt C4 nochmal in den Luft springen? Hm, egal. Ich hoffe, das geht aus der Reichweite. Ich komme hier so einfach mal aus, mit einem. Nein! Nein! Nimm es! Wenn das funktioniert, dann kann ich das mit den oberen Augen machen. CP, das ist Telfer 3. Die Installation wurde verraten. Possible enemy sabotage. Over! Das ist CP, unassult. Move to investigate ASAP. Out! Okay. Die Frage ist, wie viele Leute hier sind. Das heißt, ich kann das C4 hier anbringen. Ich kann das in den Raum verschwenden. Das ist sicherlich. GElbe. Der wird es stoffen. CP, das ist Telfer 3. Telt restauriert ansehen. Starting to check in der Ort. Over! Ah shit. Okay, weg. Es sind gar nicht so viele wie ich erinnere. Ich erinnere mich. Okay, der schläft. An dem ist ich noch irgendwie vorbei. Oh, das sind ja immer. Das werden immer mehr. Oh, shit. Okay, komm du her. Komm du her. Gute Nacht. Hört schon, ich kenne die Emotionen aus, wenn es so weitergeht. Okay, okay, in die andere Richtung. Würde ich nicht sagen, dass er tot ist. Scheiße. Okay, der liegt. Hier war noch einer. Okay. Abbringe das C4. Okay, wie ich fühle ihn tot. Hey, ich bin schon so pissen. Okay. What's going on? So, der ist auch tot. Sorry. Ah, scheiße. Okay, ich verbiess mich. Ah, komm, lauf. Alter. Jetzt gehe ich schneller. So. Okay, ich bin schon so. Destruction confirmed. Target destroyed. Das war smooth, Boss. Das war smooth. Exakt. Expect nothing less. We got damage to an Installation. It's an enemy attack. Boss, there's an armoured vehicle headed your way and its cannon will be a threat to the choppers. You'll have to eliminate that too. You'll have to eliminate that too. You'll have to eliminate that too. Scheiße. Ja, wo genau kommt der? Mist. Mit C4 kommt man ihm wahrscheinlich nicht so bei. Oh, was ist das? Wo ist der Panzer? So toll, wie ist der Panzer? Wie zerstöre ich den Panzer? Reilspeichern. Scheiße, ich will drauf und vor auf sein. Auf sein. Was ist der Panzer? Was ist der Panzer? CP, das ist 0-1. All done here. No sign of any intruder. Returning to Posts. Over. CP, understood. Return to your Posts. Speed zap. Out. All fire teams, this is CP. We lost a security camp. There's no reason for it to be down. There's no reason for it to be down. Warmer's closest, go check it out. Go check it out. Was? Do you copy? Come in. We have a situation. All units on alert. CP, this is 0-7. Return to fire. Can't see where you're shooting from. Over. This is CP. Understood. All units on alert. The enemy's hiding somewhere. Find them. Out. Ach du Scheiße. Off. Fix-Off. What? Big! 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 Was ist das? Was ist das? Looks like an all unit up ... all the available men out of backup... ... and me... ... the backup now! Ah, ah, ah! Hass den Scheiss, oder? Auf! Ok. Achtet schei... ARGH! Steh auf! Okay, springst du auf. Vielleicht kommt der was hier runter. So, side fight. So. Okay, back here. Oh shit. So, back here. Okay, sorry. Oh shit. Ach du Scheiße. Fuck. 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 Scheiße. Mist. Shit. Okay. See. Okay, sagdrivest du schonn. Aber wenn ich hier Rickbatte versetze, deine Regel. Ist das zu. Okay. CP, this is Delta IV. The boss dies on enemy. Check in the last point of contact. Over. This is CP, understood. Underset. Oh no. Open fire! Aua! Ah shit. Oh, Mist. Snake, talk to me! Snake! Shit. Ich stelle mich ab und zu so blöd an. Ah, Mist. Target destroyed. That was smooth, boss. Real smooth. I expect nothing less. Okay. Boss, this is armed vehicle headed your way and it's 10 will be a threat to the choppers. You'll have to eliminate that attack. Okay, kommt hier durch wahrscheinlich nicht. So. You're low on explosives. How about some OSP? Okay. Ab nicht mehr. Ich sehe zwar jetzt nicht genau wo er ist, aber... Wenn er unter der Brücke ist, wird schon mal ich. Wenn er fährt drüber, da bin ich mir nicht zu sicher. All right. You've destroyed the targets. CP, this is 06. The hell of a water zone will the men's now. You need your eggs to fill them up. Huh? What is he? You've got to be kidding me. Boss. Ladars picked up unidentified aircraft. Two of them. They're headed your way. Speed 500. Most likely attack aircraft. Three minutes until arrival. I don't know what this is about. But I don't like the timing. Get out of there ASAP. I have a bad feeling about this. Okay. Okay. I mean... Dude, I'm not already there. From this point, it's all crazy. Okay. 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 Ich ziege ihn eigentlich nicht. Wann kann ich nicht sehen. Und weg hier. War ja ganz... War ja ganz so... ...interesant. Sorry für die kleinen Faze. Ich hab's eigentlich nicht mehr so drauf. Gert nicht einfach so zu machen. Ja, wenn ihr... Nur mit schneid ich dann die ruhigen N X-Nahe wieder weg. 8 das ist das war der sogar ein also nie das war ein neuer Flugzeug der Reisplanung der Bargherr der Bargherr Stoßes an Helikopter der Flugzeuge so also wieder wieder die Saison in der nächsten Folge Ich wünsche euch viel Spaß zu sehen und ja, tschüss, bis dann, tschüss. Ich wünsche euch die Einladung für den kinder Fassilien, die dort operiert wurde. Und Dinge gehen weiter. Verzöger Terrorismus ist die neue Priorität. Und die Identität dieser jemanden? Meine Geld ist auf einen Namen. Cipher.